wunderbar könnte ich mir mein streifen abschneiden und ich hatte mir vor kurzem was gekauft das kann eventuell zum einsatz könnte mir die arbeit etwas leichter machen so groß genug sind sollte ich nämlich irgendwann mal mit dem green screen arbeiten okay für diese arbeitsplatte sind sie nicht geeignet ich muss dann weiterhin erstmal per hand so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr braucht ein bisschen mehr, weil es wirklich schon sehr extrem am Kleben ist. Ah, jetzt sehe ich auch die Markierung des ersten Mal wieder, was die Drehrichtung ist. Aber gar nicht zu sehen, weil schon der Klebeeffekt an der Stelle so stark eingesetzt hat. Und gerade hier bei den Lüftungsöffnungen natürlich dann vorsichtig, damit das ganze Puder jetzt nicht in die Lüftungsöffnung reingeht. Wie gesagt, schön, dass das Kleben hört wirklich sofort auf. Ich vermute, den werde ich auch gar nicht abwischen, dann schließen. Dann werde ich es so lassen. Im Laufe der Zeit verändert sich der Zustand von dem Degelkuder sowieso. So, und da ich heute sowieso noch saugen muss, ist das gleich ein Abwasch. Ich werde nämlich nachher noch einen Rechner, der in einem Raucherhaushalt zu Hause war, auseinandernehmen und werde diesen von seinen Anhängsinn befreien. Die Grafikkarte habe ich schon ausgeworfen und habe die schon gemacht, ohne dass ihr zuschaut. Weil da auch so ein Tag war, wo es höllisch warm war. Weil ich leider nicht die Möglichkeit habe, das Fenster immer offen zu lassen. Gerade wenn ich abends solche Bastelarbeiten mache. Dann muss ich Durchzug bekommen. Wenn ich Durchzug machen möchte, dann ist es natürlich offen und jeder andere hört den Radau, den ich hier veranstalte. Und das kann ich nicht machen. Da muss ich auch an die Nachbarn denken. So, und man sieht, das wird schon weniger. Das Weiße verschwindet. Das Kleben aber zum Glück auch. Das heißt, die Griffigkeit, die kommt jetzt schon wieder. Ohne dass das Kleben wiederkommt. Und dann die Babypuder. So, muss ich mal schnell einen Klub trinken. Das ist nämlich ganz schön warm, ich gerne mal hier dringend. Das sagt er bei Thermometern auf dem Tisch. Oh, das ist ja nicht so fett. Aktuell 28,6 Grad. Und ich weiß nicht, ob ich ganz leise bin. Hört er vielleicht. Regen trummelt ans Fenster. Weißt, kann nichts aufmachen. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ganz leise bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, dann wollen wir mal schmolzen, die Losenkunst doch mal runterholen. Ja, ich muss ja definitiv gleich saugen, ich habe jetzt so viel Grün hier jetzt noch. So, dann können wir wieder rein. Ja, schwitzen wird jetzt ziemlich weniger, weil natürlich jetzt die Feuchtigkeit noch anzieht. So, dann können wir wieder rein. So, dann können wir wieder rein. Ja, ihr merkt, jetzt kann ich den viel besser führen. Jetzt kann ich ihn viel besser führen, weil er nicht in meine Hand festklebt. Oh, und noch Gewitter? So, alles dabei heute.